Ich möchte mich zu sechs Themen kurz äußern. Erstens zur Vorbereitung der Bundesversammlung, zweitens zum Thema Rente, drittens zum Thema Bildung, viertens zur Situation in Afghanistan, fünftens die aktuellen Diskussionen um den Fiskalpakt und die Finanztransaktionssteuer und sechstens zum Thema Praxisgebühr. Wir haben ja am Sonntag, dem 18., die Bundesversammlung. Die Linke wird mit insgesamt 123 Wahlleuten dort in der Versammlung sein. In Sachsen ist durch das Parlament und verschiedene Abstimmungen es dazu gekommen, dass wir einen Wahlmann weniger als erwartet haben und wir haben einen Abgeordneten, der krank ist und von daher kann er auch nicht vertreten werden, denn Ersatzdelegierte gibt es ja nur für die Vertretung aus den Ländern. Wir haben jetzt mit unserer Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin Beate Glasfeld in den letzten Tagen sehr viele Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik gehabt. Unter anderem haben wir am vergangenen Sonnabend zum zweiten Mal den Clara Zetkin Frauenpreis der Partei Die Linke verliehen. Beate Glasfeld hat die Laudatio für Esther Begerano gesprochen. Esther Begerano ist eine der letzten Überlebenden des Frauenorchesters von Auschwitz. Sie ist jetzt 87 Jahre alt und tritt immer noch auf. Wir haben aber auch erlebt, dass interessierte Kreise eine Kampagne gegen Beate Glasfeld führen, eine unanständige Kampagne. Die Springerpresse, aber auch CDU und FDP sitzen immer noch in den Schützengräben des Kalten Krieges. Für uns ist dieser Widerspruch so auffällig. Beate Glasfeld hat für ihren Kampf gegen Kriegsverbrecher weltweit Anerkennung und Unterstützung erfahren, unter anderem von den USA, von Israel und von der DDR, nur nicht aus der Bundesrepublik. Ganz im Gegenteil, der Geheimdienst BND hatte Kriegsverbrecher wie Klaus Babi, Alice Brunner und Walter Rauf auf ihren Gehaltslisten. Damit haben augenscheinlich die Genannten kein Problem. Und da sich auch der Generalsekretär der FDP meinte, abfällig über unsere Kandidatin äußern zu müssen, möchte ich die FDP daran erinnern, dass sie bisher versäumt hat, den Fall Achenbach aufzuarbeiten. Achenbach war zu Zeiten der faschistischen Besetzung Frankreichs an Judendeportationen beteiligt und durch die Aktivitäten von Beate Glasfeld ist verhindert worden, und zwar zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland, dass er die Bundesrepublik in Europa vertreten konnte. Was mir aber besonders auch am Herzen liegt, ist mein Eindruck, dass sich diese unwürdige Kampagne gegen Beate Glasfeld auch zum Ausdruck zu bringen, dass sich diese Kampagne auch gegen die gesamte 68er-Generation richtet, die die Bundesrepublik insgesamt friedlicher, demokratischer und gerechter gemacht hat. Und deshalb bin ich schon etwas verwundert, dass es aus dieser Generation kaum Reaktionen auf die Kampagne gegen Beate Glasfeld gibt. Offensichtlich haben einige der 68er beim Marsch durch die Institutionen vergessen, warum sie diese Institutionen eigentlich durchmarschieren wollten, und das ist bedauerlich. Die Männer und Frauen der Bundesversammlung haben eine echte Alternative zu den Kandidaten der fünf Vereintenparteien. Beate Glasfeld steht für mehr Gerechtigkeit, für mehr Demokratie und für mehr Antifaschismus in unserer Gesellschaft. Und sie steht als Beispiel für persönlichen Mut, für lebendige außerparlamentarische Demokratie, die sich nicht auf den Staat und die etablierten Parteien verlässt. Denn sie hat seit 1968 erlebt, dass der Staat auf dem rechten Auge blind ist. Und natürlich stellt sie im Zusammenhang mit der Mordserie der NSU fest, dass viele immer noch auf dem rechten Auge blind sind. Zweitens zum Thema Rente. Es ist heute bekannt geworden, dass am Montag das Kabinett beschließen will, dass zum 1. Juli 2012 die Renten im Osten um 3,6% und die Renten im Westen um 2,2% steigen sollen. Das ist natürlich besser als eine Nullrunde. Doch man muss dazu wissen, dass seit 2004 die Kaufkraft der Rentner in Deutschland um 9% gesunken ist. Und wir sind immer mehr mit Altersarmut konfrontiert. Die Rentenpolitik der Bundesregierung führt für viele Menschen direkt in die Altersarmut. Darin ändern auch solch Rentenerhöhungen, wie positiv sie jetzt auch zu bewerten seien, nichts. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Gefahren, vor der unsere Gesellschaft steht, dass eine ganze Generation im Alter arm sein wird. Um Altersarmut zu vermeiden, brauchen wir natürlich mehr gute Arbeit mit gerechten Löhnen. Denn gute Arbeit ist die Voraussetzung für gute Renten. Ich will darauf verweisen, dass wir erstens als Linke schon seit langem die Wiederherstellung der Rentenformel fordern. Und zweitens eine solidarische Mindestrente. Dazu haben wir uns auch im Zusammenhang mit der Diskussion über unser Grundsatzprogramm, was wir in Erfurt verabschiedet haben, ausgesprochen. Drittens zum Thema Bildung. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung kommt zu dem Schluss. Ich darf kurz einen Satz zitieren. Das deutsche Schulsystem ist derzeit nicht in der Lage, die beiden wichtigsten Ziele von Bildung zu erfüllen, Exzellenz und gleiche Chancen auf Teilhabe. Das Saarland, Baden-Württemberg und Niedersachsen und Bayern verriegeln ihre Gymnasien geradezu. Nur 24 von 100 Jugendlichen dürfen dort auf die begehrte Schulform mit Aussicht aufs Abitur. Auch hier will ich an die 68er-Generation erinnern. Sie hat in der Bundesrepublik das Bildungsprivileg gebrochen. Das ist ein Verdienst. Und wir sehen, wie jetzt wieder das Bildungsprivileg von CDU und FDP etabliert wird. Vor uns stehen Landtagswahlen. Und ich kann nur darauf verweisen, dass die Wählerinnen und Wähler im Saarland und in Schleswig-Holstein die Möglichkeit haben, gegen dieses Bildungsprivileg zu stimmen, wenn sie ihre Stimmen der Linken geben. Und für beide Landesparteien, sowohl für die Linke im Saarland als auch für die Linke in Schleswig-Holstein, ist das Thema der Bildung, der Gemeinschaftsschule, der Chancengleichheit ein zentrales Thema in ihrem jeweiligen Wahlkampf in den Ländern. Und auch die Frage, die natürlich zur Bildung gehört, wie viele Lehrerinnen und Lehrer werden beschäftigt, wie viel Geld wird vom Staat dafür zur Verfügung gestellt, ist in beiden Wahlkämpfen, sowohl im Saarland, wie gesagt, als auch in Schleswig-Holstein, ein ganz wichtiges Thema. Viertens zum Thema Afghanistan. Frau Bundeskanzlerin Merkel ist ja heute zu einem Besuch in Afghanistan eingetroffen. Und sie hat diesen Besuch in einer besonders zugespitzten, dramatischen Situation unternommen. Wie wir ja alle wissen, hat es am Wochenende ein schreckliches Ereignis gegeben. Ein US-Soldat, der ja, wie bekannt wurde, schon in vielen Kriegseinsätzen war, hat blindlings 16 Zivilisten erschossen. Und diese Situation zeigt wieder einmal, dass die Äußerung von Frau Kiesmann, nichts ist gut in Afghanistan, zutrifft. Sie zeigt auch dieses Ereignis, diese schlimme Mord an den 16 Zivilisten, was Krieg aus Menschen macht. Und für uns ist der Rückzug der Bundeswehr und natürlich auch der anderen Truppen aus Afghanistan, aber wir sind ja für die Bundeswehr zuständig, ein wirklich zentrales Thema. Und ich kann überhaupt nicht akzeptieren, dass die Bundeskanzlerin den Besuch in Afghanistan genutzt hat, um das Rückzugsdatum 2014 in Frage zu stellen. Alle diskutieren ja so, als wäre das völlig ausgemachte Sache, dass der Rückzug aus Afghanistan erfolgt. Aber gerade die Äußerungen, die Frau Merkel heute getan hat, erwecken doch einen ganz anderen Eindruck. Sie will sich alle Türen offen lassen. Und ich glaube, das müssen wir auch sehr ernsthaft im Deutschen Bundestag diskutieren. Fünfter Punkt zum Fiskalpakt zur Finanztransaktionssteuer. Die Diskussion um die Finanztransaktionssteuer ist ja eine, die uns nun schon seit mehreren Jahren begleitet. Und ich darf daran erinnern, dass Frau Merkel erklärt hat, sie persönlich wäre ja für die Finanztransaktionssteuer, sie bekäme sie nur bei der FDP nicht durch. Und da müssen wir uns, glaube ich, alle gemeinsam die Frage stellen, ob das Schicksal Europas von einer Partei, die in Auflösung begriffen ist, wie die FDP abhängig gemacht werden soll. Aber auch Herr Schäuble hat schon mehrmals von seiner persönlichen Sympathie für diese Finanztransaktionssteuer gesprochen. Und wir hatten die sogar schon mal im Bundeshaushalt auf der Einnahmenseite verzeichnet. Damit hatte sie Gesetzeskraft. Der Finanzminister hat sie dann nachträglich wieder aus dem Haushalt streichen lassen. So viel zu den Ernsthaftigkeiten der Bemühungen. Und wenn Herr Schäuble nun meint, Finanztransaktionssteuer, das wäre so ein Lockmittel für SPD und Grüne, dem Fiskalpakt zuzustimmen, kann ich nur sagen, mein Eindruck ist, SPD und Grüne machen in dieser Beziehung schon längst keine Oppositionspolitik mehr. Da muss sich auch Herr Schäuble in der Frage gar nicht anstrengen, um sie zu überzeugen. Insgesamt kann man zu verschiedenen Punkten der Politik der Bundesregierung ja sagen, dass sie eine ganz einfache, aber augenscheinlich wirksame Strategie verfolgen. Sie verteilen massenhaft Beruhigungspillen. Und sie sprechen über Finanztransaktionssteuer, über Mindestlöhne, über Frauenquoten, über den Abzug aus Afghanistan. Aber sie sprechen darüber. Die Leute denken, ach, das werden die schon irgendwie machen. Aber es kann vertuscht werden bisher, dass gar nichts umgesetzt wird. Letzter Punkt, Praxisgebühr. Wir als Linke haben im Bundestag immer wieder die Abschaffung der Praxisgebühr gefordert. Sie wissen ja, dass die Praxisgebühr einmal eingeführt wurde von SPD-Grün und von CDU-CSU unterstützt, dass sie folgende Wirkung haben sollte, die Leute daran zu hindern, zu oft zum Arzt zu gehen. Die Effekte sind ganz andere. Die Leute, die wirklich dringend zum Arzt gehen müssten und arm sind und sich genau darüber Gedanken machen, habe ich jetzt in diesem Quartal die 10 Euro und die eventuellen Zuzahlungen oder habe ich sie nicht, verschleppen Arztbesuche, gehen zu spät zum Arzt, sodass die medizinische Behandlung teurer wird. Und Leute, denen das finanziell gesehen egal ist, gehen genauso oft oder genauso selten zum Arzt wie früher. Die Praxisgebühr ist ein bürokratisches Monster, was auch das Verhältnis Arzt-Patient belastet und den Ärzten viele zusätzliche Arbeit auferlegt hat. Die Praxisgebühr hat nichts anderes getan, als eine unsoziale Hürde für eine ganze soziale Schicht aufzubauen. Bisher wurde unsere Forderung nach Abschaffung der Praxisgebühr ja immer abgelehnt. Wenn jetzt die FDP diese Forderung aufgreift, dann freuen wir uns. Wir werden dazu erneut einen Antrag in den Bundestag einbringen. Und jetzt können wir eigentlich nach den Äußerungen der FDP nur davon ausgehen, dass sie mit uns gemeinsam für die Abschaffung der Praxisgebühr stimmen wird. Soweit. Vielen Dank. Vielen Dank.